Ja, hallo und einen schönen guten Abend hier live vom See-Wiesen-Festival in Klein-Reifling. Hebenstreit David, der rasende Reporter, interviewt heute Sir Tralala, der im Lazarett-Zelt die Leute unterhalten hat. Lieber Sir Tralala, wie hat es dir heute gefallen? Lieber Sir Tralala, wie hat es dir heute gefallen? Lieber Sir Tralala, wie hat Ihnen Ihr Konzert gefallen? Lieber Sir Tralala, wie hat es dir heute gefallen? Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Lieber Sir Tralala, wir freuen uns auf Ihren nächsten Auftritt. Dankeschön.